Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen SOS Meditation gegen stressbedingte Kopfschmerzen oder auch allgemein zur schnellen Entspannung. Ich werde dir heute helfen mit einer speziellen Atemübung und Entspannungstechniken deine Kopfschmerzen innerhalb von 5 Minuten loszuwerden oder zumindest zu minimieren. Welche genauen Auswirkungen diese Atemübung auf deinen Körper hat und warum sie gegen Kopfschmerzen helfen kann, dies kannst du dir gerne nach dieser Meditation in der Beschreibung unter meinem Video durchlesen. Zuallererst bitte ich dich, dich aufrecht hinzusetzen, am besten auf einen Stuhl, wo du dich auch angenehm anlehnen kannst. Und nun da du sitzt, würde ich dich auch schon bitten, deine Augen zu schließen. Und so versuchst du zu Beginn einfach mal deinen Körper wahrzunehmen. Zum Beispiel wie dein Rücken die Lehne berührt, auf der du dich anlehnst. Oder dein gesamter Hintern und die Rückseite deiner Oberschenkel auf den Stuhl, auf dem du sitzt. Und vielleicht auch deine Fußsohlen, die sanft den Boden berühren. Und dann lenke deine Aufmerksamkeit langsam auf deine Atmung. Versuche hier nun wirklich deine gesamte Aufmerksamkeit deiner Ein- und Ausatmung zu widmen. Zum Beispiel, dass jedes Mal wenn du einatmest, spürst und wahrnimmst, wie sich dein Bauch leicht nach außen wölbt. Und wenn du ausatmest, sich dein Bauch wieder nach innen bewegt. Atme nun einmal langsam ein und spüre dabei, wie sich dein Bauch nach außen wölbt. Und sobald du ausatmest, bitte ich dich, dass du deine gesamten Gesichtsmuskeln ganz bewusst entspannst. Atme nun wieder lange und langsam ein. Und sobald du ausatmest, lässt du die gesamte Anspannung, welche sich in deinem Kopf befindet und in deinen Schultern, einfach nach unten über den Stuhl oder die Unterlage abfließen. Atme noch einmal entspannt ein und stell dir vor, wie sich dein Bauch mit Luft füllt. Und sobald du diesmal ausatmest, lässt du die Anspannung deines gesamten Körpers los. Du wirst locker, du fühlst dich vollends entspannt. Und nun lass uns auch schon mit der eigentlichen Atemübung starten. Und zwar werden wir gemeinsam summen. Dies werden wir zehnmal wiederholen. Es wird auch Bienensummen oder im Yoga Pramari-Atmung genannt. Lass dich darauf ein und mach auf jeden Fall mit, damit du die enorme biochemische Wirkung dieser Atemübung auf deinen gesamten Körper und besonders auf deine Kopfschmerzen spüren kannst. Die Übung an sich ist sehr einfach. Alles, was du machen musst, ist entspannt durch deine Nase normal einzuatmen und dann mit einem Summ-Geräusch langsam und so lange auszuatmen, bis keine Luft mehr in deiner Lunge ist. Wir machen die zehn Wiederholungen natürlich gemeinsam. Und wir starten jetzt. Atme ein durch die Nase. Atme aus mit einem Summ-Geräusch. Einatmen und ausatmen. 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 Und nun komme wieder zurück zu einer ganz normalen und entspannten Maßenatmung. Lasse deine Augen noch gerne ein paar Sekunden geschlossen und spüre die Wirkung dieser Meditation. Wie du viel entspannter bist, achtsamer, ausgeglichener und besonders, welche Wirkung diese Meditation auf deine Kopfschmerzen hatte und diese sich vielleicht komplett aufgelöst haben. Sag hier auch gerne zu dir selbst einmal danke, dass du dir heute diese Zeit gewidmet hast. Ebenso bedanke ich mich, dass du hier warst und bis bald.